so hallo ich mache jetzt hier mal ein kleines video um den freebook designer zu erklären das ist ein desktop anwendung die läuft hier bei mir auf dem mac ich habe es gerade auch ein release gemacht für windows da konnte jetzt nicht so viel testen weil man windows läuft über parallel sie auf dem mac und es grotten langsam das hat mich eine ganze stunde hat eine ganze stunde gebraucht das überhaupt zu bilden aber hier auf dem mac kann ich mal zeigen und das sollte auf windows ja genauso aussehen so die anderen habe ich mal gestartet da wird ein altes projekt geladen ein buch das ich gerade geliezt habe ist übrigens sehr schönes buch geworden eins das ich neu aufgelegt habe auf anraten eines freundes hin und außerdem wollte ich hier ein beispiel zeigen und hier geht es zum beispiel hier seht ihr zum beispiel den preview und hier kann man auch navigieren hier kann man von seite zu seite blättern hier mache ich zum beispiel ein bisschen werbung hier wird eine internetseite aufgemacht also ihr könnt auch mit den das geht wahrscheinlich in dieser version nicht aber auch auf dem handy könnt ihr den 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 link öffnen und da können eure leser können dann auch die die print version von euren büchern ordern mit denen könnt ihr dann auch geld verdienen weil da sind die druckkosten drauf und da könnte dann noch ein paar euros draufschlagen das passt dann schon irgendwie und hier könnt ihr dann hier kann der user dann navigieren das habe ich einfach mal mit button gemacht das ist wie gesagt eine neue art von von ebook mit interaktionen und es läuft eigentlich wie eine app wie eine native app auf android und es ist eigentlich so dass das das glaubt jetzt hier das läuft jetzt hier alles lokal aber wenn das was ich deployed habe was hier mit dem free book reader lädt da werden diese dateien hier dass das sml dass das simple markup language das wird vom web server geholt analog wie das mit mit html dateien sind und die wenn hier zur laufzeit gerendert und jedes mal wenn ich hier navigiere mit einem mit einem klick zum beispiel page einleitung dann wird hier die die page einleitung dynamisch geladen und die werden nur einmal geladen die landeten im cash form von der anwendung von dem browser bräuchert sagen es ist eigentlich ein browser von dem ebook und free book reader na und hier könnt ihr denn sehen hier geht zum beispiel nach page burnout label ist label ist burnout also ihr könnt das könnt es hier schon die preview da könnt ihr schon alles sehen was es so zu sehen gibt so jetzt machen wir mal ein ganz neues projekt an da suchen wir uns mal ein ein verzeichnis aus hier unter ebooks wird das mal gespeichert da war ich jetzt zu schnell habt ihr noch ganz und gar nicht den namen gegeben ne das ach so falsch hier das da create button ebook und app wollen wir und das name wird einfach mal beispiel beispiel und folder ist dann das würde ich eigentlich eben machen ebooks und dann haben wir dann auch dark als als team und dann kriege ich das mal da hat er mir jetzt hier ein paar verzeichnete angelegt da sind images da kommen wir dann zum beispiel hier machen wir gleich mal import hier ein bild importieren wenn ich dann das finde hier das heißt normalerweise heißt das bei mir bilder und hier in dieser version heißt das pictures da ist da ist das nicht ganz konsequent hier das ist eine englische und pick one or more images und ich habe dann die deutsche also ich habe hier mal ein bild ausgewählt jeden und das können wir hier zum beispiel ich weiß gar nicht ob das geht habe ich das implementiert das habe ich musste ich wieder rausnehmen also müssen wir das von hand machen normalerweise könnte man das einfügen machen wir hier image klammer auf klammer nach klammer zu dann hat es hier das ist wie in html eigentlich source und das ist dann jeden punkt png image not found muss ich das um benennen ja das ist natürlich vorführeffekt warum findet ihr das nicht ich muss hier mal eben rumschrauben das ist wahrscheinlich noch ein fehler beispiel images da hat es nicht kopiert blöd blöd ja okay ist noch ein fehler das den beheben wir aber jetzt gleich indem wir halt hier wo ist mein bild verzeichnis hier bilder jeden wo habe ich jeden das ist hier dass das kopieren wir und setzen das dann in ebooks beispiel images setzen wir das ein objekt einsetzen und dann müsste das eigentlich dann haben wir das angezeigt so aus dem text hier mache ich einen markdown damit wir da ein bisschen stylen können kommentiere ich mal hübsch das soll dann zum beispiel eine überschrift werden ich habe keine ahnung wie das alles heißt so und dann kann es kannst du hier auch das markt markdown ist halt hier hast du sind so so und so ein hash da kannst du damit angeben oder du kannst hier ein stop header angeben das ist ein bisschen kleiner eine schriftart kannst du hier zum beispiel mit 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 zwei stern vorher zwei stellen hinterher machst du das bold ein stern vorher ein hinterher machst du das italic siehst du dir noch so jetzt sehen wir das ist ein bisschen eng beieinander also bauen wir hier noch ein spacer ein und er hat eine amount von von 16 haben wir hier ein bisschen klein abstand und wir machen jetzt hier noch einen button mit label ist klick und link ist das lasse ich noch offen das wird dann irgendwas mit das wird dann irgendwas mit page doppelpunkt wie nennen wir das about machen wir hier ein about das ist auch ein kleines content management system und dann gehen wir hier auf pages und dann machen wir neu about da sehe ich gerade noch einen kleinen glitsch hier den muss ich dann noch ausbauen haben wir hier dies gebaut und damit bitte auch was sehen machen wir hier mal ein markdown text ist übrigens ihr seht hier ab und zu so eine meldung hier das ist wenn wenn die wenn die sind tags nicht eingehalten wurde dann hat er hier gut not pass input das ist dann hier wegen den ja da muss man sich halt ein bisschen an das an die sprache hier und dieses an diese beschreibungssprache halten das ist hier eigentlich das ganze ist eine page also eine seite und dann hier ist hier ein element markdown das ist dieses hier und title ist umbaut das braucht es dann nachher für inhaltsverzeichnis und ich sehe ja gerade das ist ein bisschen nach nach links oben hier gesetzt da machen wir jetzt ein padding das machen wir 16 device pixel dann ist hier so ein bisschen platz und wir brauchen hier ein button um wieder zurück zu navigieren label übrigens kann man das hier oben sehen wenn wir hier ein button anklicken könnt ihr sehen was es hier für properties gibt naja der label und link da wird das beschrieben wait und wissen also properties könnt ihr hier angeben das haben wir ein label erstmal da geht es zurück home und link ist link ist page doppelpunkt home und dann könnt ihr hier schon interaktiv draufklicken dann wird home geöffnet und hier das nehmen wir dann statt klicken dann wird das mal baut und dann könnt ihr hier zur bauten navigieren so und hier zum beispiel sehe ich gerade der baut button ist das mir zu hoch hier mache ich ein besser rein und da bekommt ein weight also ein gibt eine gewichtung und damit rutscht danach nach unten dass das mit dem gewicht heißt dann nimmt jetzt den ganzen platz ein da und ja das sieht dann halt gescheite aus und das können wir uns dann auch hier mal kopieren und hier einfügen und dann erzielt es auch ja so jetzt seht ihr ungefähr schon wo es hingeht also man kann hier wunderbar schön hin und her navigieren man kann hier auch das muss ich mal eben zeigen ein wie machen wir bitte müssen wir hier mal den browser öffnen nach youtube gehen und hier zum beispiel nehmen wir uns dieses video tolle musik gespielt nämlich an gehen wir auf teilen und dann nehmen wir uns die id raus welche ist das jetzt muss ich selber mal gucken die id ist hier dieses hier ich hoffe dass es dieses ist so dann gehen wir wieder zurück dann machen wir hier machen wir das mal in about ähm machen wir hier ein youtube 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 und da ist dann da können wir hier gucken youtube ähm die id ist da wichtig machen wir die id und da fügen wir die id von dem youtube video ein das ist entweder die hintere oder die vordere ich weiß das gar nicht mehr ich hab das das letzte mal ist ein bisschen lange her ähm habe ich das eigentlich beschrieben hier vielleicht in der ne habe ich nicht beschrieben aber das hat ungefähr dieses format hier ähm ja hier können wir dann zum beispiel entweder machen wir hier ein spacer vor das youtube video oder machen wir einfach noch ein zeilenumbruch rein dann rutscht das video auch automatisch bisschen runter so und das ganze ist jetzt schon fast fertig ich erkläre noch mal ein bisschen was wir noch haben wir haben hier models da können wir 3d modelle ähm importieren und die äh können animationen halten bestimmte formate da muss ich mal ein anderes video darüber machen das habe ich jetzt kann ich jetzt nicht aus dem kopf zeigen dann können wir hier können wir mit parts können wir seiten schreiben jetzt zum beispiel das ist eine seite äh in markdown geschrieben das ist diese äh das habe ich kurz angedeutet ähm was man hier machen kann hyperlinks images äh spezialkarakter zum beispiel hier dieses c da macht dann hier ein copyright symbol oder ähm tm war das glaube ich ne macht er hier ein tm symbol also da kann man schon ein bisschen styling machen und wie gesagt hier gibt es denn die unterschiedlichen header und und wie gesagt hier italic oder hier bult oder hier gibt es noch irgendwas was war denn das ähm ne doppelt ne ist gar nicht implementiert sorry also es ist eine abgespeckte version von markdown sollte aber normalerweise reichen um buch zu schreiben so und das dieses können wir jetzt einfügen das heißt home md markdown und das können wir jetzt auch in in hier einfügen indem wir statt diesen text sagen wir hier das nummer raus dann ist das glaube ich ich gucke selber nochmal nach damit ich euch auch zeigt wie es geht da ist nämlich hier part da können wir dann diesen diesen part eingeben und da ist home und dann wird hier das aus dem buch eingefügt ja so könnt ihr auf diese weise könnt ihr ganze kapitel schreiben hier mit denen und das könnt ihr auch so wie ich das gemacht habe einmal zu chat gpt geben und mach mal bitte ein für mich guckt mal nach fehlern und dann könnt ihr das nachdem das korrigiert wurde könnt ihr das hier dann reinpasten und hier dann halt nutzen auf diese weise um dann zum beispiel hier den text zu haben dann wieder image und button also für die navigation und sowas das macht ihr dann nicht in md weil md ist eigentlich nur für ebooks interessant aber wir bauen ja hier android apps so jetzt haben wir das fertig übrigens kann man hier auch noch das team umstellen nur so dass man das mal gesehen hat wir bauen jetzt irgendwas fehlt mir hier auch das wollte ich noch erklären warte mal um alles durch zu gehen wir haben ja auch ein verzeichnis für sound wir können hier sound files abspielen wir können hier texturen für diese 3d modelle ablegen wir können hier videos ablegen die wir sind in falle von nicht youtube videos die können wir dann direkt mit die pläuern und hier dieses dieses app da wird hat wenn halt so ein paar sachen gefragt wie heißt das buch was ist die id das ist später wenn wir brauchen wir das wenn wir eine app bauen und hier ist das das team hier können wir dann die 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 hintergrund die die farben und sowas einstellen das zum beispiel hintergrund zu zeigen sondern so ein schwarz das war hier glaube ich irgendwie background irgendwo ist irgendwo ist hier die variable background ich sehe es jetzt so auf die schnelle nicht background hier da könnte man dann hier den hex wert für die die hintergrundfarbe einstellen und das hier ist das ist dieses diese farbe das kann man hier alles einstellen oder auch button color ist wohl primary das müsste dieses orange sein das könnte hier alles einstellen und mir fehlt tatsächlich noch eine datei ich weiß gar nicht warum die nicht dabei ist die 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 ist hier warte mal wenn ich die umbenanne das ist wahrscheinlich noch ein fehler und dann das nochmal neu starte moment und dann hat er hier dieses book sml drin ja ok da ist noch ein fehler hier werden die die parts definiert das heißt das ist dann hier für das ebook also das alte format noch das epub format das was du zum beispiel auf amazon nutzen kannst und da machen wir mal folgendes machen wir immer noch ein neues part das nenne ich dann einfach gebaut und was soll das jetzt auch so baut md er hat dann noch irgendeinen fehler wieso bin ich hier auf home ich will doch gebaut er seht ihr das noch ist noch ein fehler drunter ich muss das mal korrigieren hier das ist ein paar der hat dann einfach einen falschen namen gegeben hier er ist eine alpha version und dann dann kriege ich hin ich muss das nochmal neu laden damit er das erkennt und dann hier ist und hier ist und und hier ist man sehen kann home das also das